In der achten Folge meiner literaturwissenschaftlichen Analyse geht es um den supergeilen Supermarktspot von Edeka. Die reimende Reklame wird rappend vorgetragen von dem Opa mit dem Hang zu Optionitäten namens Friedrich Lichtenstein. Der oft angeklickte Ohrwurm ist ein literarisches Meisterwerk, was bereits im ersten Vers deutlich wird. Ich zitiere. Der Künstler greift hier auf das D-Mittel der Alliteration zurück. Bei einer Alliteration sind die Anfangslaute der benachbarten Wörter die gleichen und für alle Klugscheißer dieselben. In diesem Falle der Anfangsbuchstabe S. Auch im zweiten Vers wird wiederholt auf die Alliteration zurückgegriffen. Um den Zuhörer nicht zu langweilen und sein Reichtum an Stilmittel schätzen oder Beweis zu stellen, verwendet der Ober- und Unterbartragende Opa im nächsten Vers einen Binnenreim. Für alle begriffsstutzigen Bildungsverweigerer sei nochmal erklärt, dass ein Binnenreim eine Reimform ist, bei der sich mehrere Wörter im Versinnern reimen. In unserem Textbeispiel ist das Uschi, Muschi und Sushi. Als wäre das nicht schon Grund genug, um klatschend und freuend in die Luft zu springen, ist das Wort Muschi in der Zeile als Teekesselchen zu verstehen. Also als Wort mit mehreren Bedeutungen. Diese möglichen Bedeutungen überlasse ich mal eurer Fantasie. Der darauffolgende Binnenreim lässt sich auch als solcher erkennen. Heftig, deftig, lässig. Allerdings baut der charismatische Künstler mit dem Wort lässig einen sogenannten unreinen Reim ein, damit es nicht langweilig wird. Die beiden letzten Verse der ersten Strophe möchte ich zusammennehmen. Um die Wirkung und Absicht zu verdeutlichen, markiere ich alle Wörter außer dem Wort Super. Das sind Fit, Fresh, Lifestyle, Power, Stark und Markt. Alle Begriffe sind positiv konnotiert und bilden die sprachliche Krone, die dem Supermarkt Edeka aufgesetzt werden soll. Der Hörer und Zuschauer des Liedes soll diese Wörter mit Edeka in Verbindung bringen. Psychologisch gesprochen nennt man diesen Effekt den sogenannten Halo-Effekt. Über dem Supermarkt wird ein Heiligenschein aufgebaut und alle genannten Begriffe überstrahlen jegliche negative Aspekte. Zugleich ist der Supermarkt bzw. Supermarkt ein Teekesselchen oder für die schlauen Streber unter euch ein Homonym. Kommen wir nun zum Refrain. Ich zitiere. Es ist supergeil, supergeil. Richtig supergeil, supergeil. Ich find's supergeil, supergeil, denn du bist supergeil. Der Refrain besteht aus insgesamt 15 Wörtern. Und insgesamt siebenmal kommt das Wort supergeil vor. Selbst die begriffsstutzigen Bildungsverweigerer wissen natürlich, dass das das Nähmittel der Wiederholung ist. Supergeil wird als eine Art Superlativ verwendet. Ohne auch nur einmal den Namen der Supermarkette Edeka zu erwähnen, weiß jeder beim Wort supergeil, dass es um die Edeka-Werbung geht. Was haltet ihr von dieser Hymne des Kapitalismus? Gefällt euch dieser supergeile Spot oder seid ihr zu supergeizig und kauft weiter bei Aldi ein? Schreibt es mir in die Kommentare. Mir hat dieser Werbespot und das dazugehörige Lied gut gefallen. Ich schlage Edeka folgendes vor. Immer dann, wenn an der Kasse eine Ware durchgezogen wird, soll statt den Piepen ein Supergeil ertönen. Wenn euch dieses Format gefällt, dann unterstützt mich mit einem Daumen hoch, abonniert diesen Kanal und bleibt supergeil. Falls ihr dann noch ein bisschen Zeit zur Verfügung habt, solltet ihr mal bei meinem letzten Video vorbeischauen. Da habe ich den Songtext The Monster von Eminem analysiert.